Als letzte Spiel des Viertels haben wir uns sehr gefehlt. Wir brauchen Ihr Unterstützung für die nächsten Herausforderungen und für die Verkäufer. Hallo liebe AS-Fans, wir haben im Moment eine echt schwierige Phase. Wir wollen aber trotzdem ins Pokal spielen. Dafür brauchen wir echt unbedingt eure Unterstützung. Wir freuen uns wieder vor euch, für euch spielen zu können. Kommt bitte so zahlreich wie es geht ins Sturm! Da ist das Ding drin! ... mit Ingoi... ... die Replace-Pen. Incroyable!